schönes appartement mit terrasse zum pool bereich kleiner dealen und garderoben bereich im eingangsbereich tolle einbauküche mit allen einbauten mikrowelle herz teekocher wasserkocher toaster daneben gleich die ess ecke gegenüber der schlafbereich schlafbereich mit blick zum fernsehen natürlich links noch ein schöner schrank zwei große terrassentüren und bereich schöne terrasse morgens die sonne so 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 da geht es zum pool nach oben zur düne da links ist im pool bereich und beheizter außenpool rechts ist ein normaler außenpool schönes terrasse mit dem stuhl zwei eingangs türen und hinter der düne ist schon die ostsee 50 meter zuerst mehr geht nicht dann gehen wir zurück ins schöne appartement noch mal ein toller blick auf den schlafbereich so und es fehlt das wichtigste noch nachdem wir an der küche vorbeigehen ebenhertiges duschbad alles barrierefrei großer waschtisch große spiegel da oben drüber alles barrierefrei zum abschluss nochmal blick aus dem küchenbereich und badbereich richtung wohnen und schlafbereich und dann sind wir das schöne appartement auch schon wieder durch danke fürs zuschauen euch einen schönen tag für nachmittag gesund